so neuer tag neues glück der troll ist bestimmt wieder voll aufgefüllt er hat sich genauso ausgeruht wie ich da kommen wir jetzt leider nicht weiter die grauzwerge hat das letzte mal gemacht wir haben aber auch schon geschlafen das heißt wir haben einen schönen sonnigen tag jetzt müssen wir nur gucken dass wir noch ein bisschen was machen und zwar diese troll tuniker und sowas konnten wir glaube ich machen ich weiß gar nicht ob das hier war schauen wir uns das logo an so schauen wir erstmal hier rein hier kann man nichts reparieren habe ich wahrscheinlich sogar schon gemacht und die troll tuniker ist bestimmt nicht hier wie ihr flug da sollte man auch mal drüber nachdenken dass wir da vielleicht mal was machen dass wir hier ackerbau und viehzucht hinkriegen die tuniker war dann bestimmt hier ja troll leder tuniker fünf und da war auch noch mal fünf und herkommen herstellen schleichen bloß 15 macht die wesentlich hinterhältiger und jetzt können wir hier noch eine hose machen rüstung 6 hat die hose die leder hat auch rüstung 6 und wieviel hatte unser hier rüstung 3 also wird sowieso besser die erstellen wir auch waren die hose war das rüstung 6 und das war schon rüstung 10 das ist natürlich was nach schleichen aber plus 15 das ist jetzt schwierig warte mal das ist die hose die kommt da dann hin und das ist da rüstung 6 und das war schon rüstung 10 das hat auch schon bewegungstempo minus 5 haltbarkeit 500 1200 natürlich auch noch ein level up ja das weiß ich jetzt auch noch nicht warte mal ach die können wir übereinander ziehen sogar ok ja dann würde ich mal sagen haben wir jetzt hier 6 da haben wir 9 da haben wir nochmal 6 das sind 15 dann der helm kommt ja auch noch drauf 25 hier hätten wir jetzt vier weniger dadurch weil hier hätten wir rüstung 10 allerdings geht das tempo darunter und die traulleder hose hat keinen mal aus bei tempo weiß ich jetzt auch nicht aber tendenziell neige ich dazu das so zu lassen jetzt sind wir auf jeden fall nicht mehr so braun die ganze zeit sondern sagen wir auch mal sag schon was buntes an ja alte sachen aber leider sind die alten sachen hier schon voll die kiste das würde bedeuten wir müssen noch eine kiste bauen können wir das schon bauen ne wir haben kein holz in der hand das gibt es aber hier ne ich glaube die holzkiste ist aus normalem holz 4 wo haben wir das unter möbel das wäre noch schön zu wissen ob man die da drauf stellen kann das war jetzt natürlich nix 4 ich stelle die mal da ein ne der richtige weg ist so und dann hier nochmal hin das holz da reinlegen ach stopp das war falsch so das ist erstmal gut wonich haben wir da auch noch ach so was mir dann aufgefallen war letztes mal was wir hier mal vielleicht drüber nachdenken sollten ne warte das müssen wir aber hier doch mit der vier und bauen machen ne und zwar können wir doch bestimmt hier was erweitern ne warte wo wir das hier herstellung uns fehlt hier der schmiede kühl vorrichtung da brauchen wir 10 kupfer für und edelholz 25 edelholz ist natürlich eine hausnummer ne das war falsch so jetzt lass grad gucken wie viel holz haben wir hier so das ist edelholz ne ja das ist aber nur 10 ah die birke das edelholz ich glaube schon ne und kupfer haben wir natürlich jetzt hier nicht drin der kupfer wahrscheinlich nur einbau weil wir schon alles weiter gesintert haben ist das sintern ich weiß es nicht mehr oh der ist drin ne hier ist nix drin das heißt wir brauchen jetzt erstmal kupfer jetzt müssen wir nur gucken was kupfer wegkriegen ne wo hat man denn hier bei uns in der nähe kupfer wahrscheinlich nach links dann da ne ja wird einfach nur so sein einer von diesen zwei stellen hier da oder da haben wir zwar noch vielleicht kupfer sein das heißt es geht hier lang ne wir können mal was zu essen vertragen wie wir gerade sehen ne das gab hier ausdauer ne genau dann gucken wir mal dass wir schneller laufen schon krass wenn du schneller bist wie ein hirsch ne so wo ist hier das kupfer bisschen noch mal da vielleicht ist ja auch wieder der troll ne kann auch sein hatten wir ja schon ne da war aber gerade noch ein turm ne oder reste vom turm aber hier ist keiner oder vorteil ist dass wir mal heller haben ne so das kupfer muss hier sein oder war hier ne das ist kein kupfer oder dann haben wir es hier schon abgebaut dann gucken wir mal nach da unten hier ist noch was welches werkzeug brauchen wir die fünf hier kommt bestimmt wieder der troll um die ecke ne da ist auch noch kupfer da ist schon einer da ist das Da ist noch mehr Kupfer, ok, hab ich das auch abgebaut, ja, oder? Spitzsacker verbessert. Okay, da geht schon mal was nicht zum Aufnehmen, aber das ist nicht schlimm, weil jetzt hier die wegschmeißen können. Jetzt haben wir 18. Jetzt sind hier kein Kupfer, da ist er. Noch einer da, ne, ne, ist hier noch Kupfer? Ah ja, da ist noch Kupfer. Das ist jetzt noch Kupfer. Alle Steine, ne? Lass uns mal gucken, die Steine, die beim Rucksack haben, die können noch weg. Wir haben tatsächlich nur ein Stein aufgehoben. Hier ist noch Kupfer. Und hier oben ist auch noch Kupfer wahrscheinlich, ne? So, da sind drei Brocken. Die kann ja alle nicht aufheben, na, super. Hab ich noch was schweres hier drin? Na, das Holz. Wie sieht das jetzt hier? Du trägst zu viel. Ja, ist mir egal, ob ich jetzt zu viel trage. Ah, wieder so einer. Hier sind wir schon mal los. Jetzt geht meine Ausdauer aber so stark runter. Na, super. Jetzt kann ich gleich nicht mehr laufen, weil ich zu viel trage. Das ist schlecht. Harz wegschmeißen. Reicht aber auch nicht. Zehn Kilo ist noch zu viel. Essen geht nicht, ne? So, jetzt nehmen wir das schnell auf und dann rennen wir so schnell wie möglich da runter, dass wir Land schaffen. Ich muss weiter nach links, ne? Hab ich das eben nicht aufgehoben? Hm, keine Ahnung, ob ich jetzt mit mir doch laufen kann. Egal. Wir müssen zurück zu unserer Basis und haben erstmal ein bisschen Kupfer mit, ne? Kupfererz. Ja, alles. So. Jetzt. wieder irgendwo einer, der mich nerven will. Kommt er hinterher oder nicht? Ja. Okay, auf geht's zurück. Jetzt noch so nix. Ich hoffe, die kommen nicht weit genug mit. Wohl, manchmal ist es auch besser, wenn man die kriegt. Da gab es ja irgendwie Leder für, oder? Beziehungsweise, sag schon. Wo ist mein Zuhause? Da hinterm Berg, oder? Ne. Aber wir sind hier irgendwie noch falsch. Oh, voll vorbeigelaufen. Okay. Schauen wir mal, dass wir den Weg wieder zurückfinden. Du fängst an zu frieren, ja. So, jetzt einmal nach Hause zum warmen Feuer da, ne. Da hinten ist es. Ab ins Häuschen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt gleich hier rein kicken. Wo ist er? Da ist er. Und hoffen, dass wir genug rauskriegen. 25 braucht man, aber nur 21 mitgebracht, ne. Ja, wir sind noch da. Das wird wohl nicht reichen, dann müssen wir wohl in der nächsten Folge nochmal los. Gut, ich würde aber sagen, ich gucke mal zu, dass ich hier so ein bisschen hin und her räume, ne. Da ist ja einiges noch zu tun hier. Und, ja, kümmere mich drum. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.